Hallo, wir zählen heute mal, wir machen heute bitte nur 7 Stück. 1, 2, Dankeschön. Das wird aber notiert, gell bitte, damit ich weniger genommen habe. Weil ich mache jetzt ein bisschen weniger, also ich mache mal so mal, ich versuche jetzt immer weniger als die 18, 16 zu machen, ja.